. Es ist ein strenger Beruf. Ja. Es ist ein strenges Leben. So eigentlich? Ja. Bist du eigentlich gestern von weg? Mit dir, Jonas? Stimmt. . . . . Wir sind vor allem neugierig zu sehen bei einem Stück, das wir schon 600 Mal gespielt haben. Und jede Bewegung kennt und jede Reaktion vom Publikum, die sich grosser Modo mehr oder weniger gleicht im deutschen Raum, ob das deckungsgleich wird sein in China. Untertitelung des ZDF, 2020